Hallo zusammen, mein Name ist Jason Veska und willkommen zurück zu meinem Let's Play von Resident Evil 5. Wir machen genau da weiter, wo mich zuletzt diese fetten, stark pigmentierten, nein, das kann ich so glaube ich nicht formulieren. Diese adipösen, stark pigmentierten Zombies zuletzt fertig gemacht haben. Politisch korrekt und so. Stark pigmentierte Bruno Zombies. Kuprakt! 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 Und auf, Smythe! Kuprakt! 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 Okay. So, jetzt wollen wir mal Wir hoffen, dass Rotkäppchen sich wieder scheiße baut. Komm schon! Okay! 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 Okay. Come on! Okay. Enemy doctor! Come on! Quatu! Come on! Come on! Roger! Relay! Ja! Ich weiß schon, warum ich die nicht mag. Ich weiß nicht, warum ich nicht so mache. Ich bin nicht mehr. wenn man manchmal eilenklebt 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 das testen wir doch jetzt gleich mal ob das geht oder nicht es sollte gehen hat ja vorher auch geklappt ich vermute mal ihr habt keine ahnung wovon ich rede schaut mir einfach zu dann seht ihr es schon und zwar müsste es doch möglich sein die 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 das das die 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 Come on! Okay! Come on! Habe ich gerade den Pfeil abgeschossen? Ich glaube schon. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Nein, das wollte ich nicht sagen. Er ist hinüber. Übrigens, wenn ihr das schafft, eine Kombo aus drei Angriffen, also was ich gerade gemacht habe zuerst, hau ich ihm einen aufs Maul, dann tritt sie ihn, dann hau ich ihm einmal einmal aufs Maul mit der Rückhand. Das gibt eine Tropäne, die ich allerdings schon habe, dann hat er das nicht gegeben. Aber das gibt keine Ahnung. Irgendwas mit Kriege. Irgendwas mit Kriege. Progress. Progress. Da, ne, 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 danke. Abonnen Sie, Wolf-R grandes haben wir noch nicht physicalisiert, auch ein Japaner santente sie gesagt. Wir müssen hier einmal weghalten. Es ist ein Park, Panik, am technicians Luego einheit im Ahnen影片, diesmal habe ich nicht benutzt ich lerne dazu und speicherpunkt was bin ich froh um den scheiß speicherpunkt und 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 Ich brauche die Ammo! Ich habe dir einen. nicht mal wieder unglaublich viel munition mal wieder Danke, Partner. Moment mal, hä? Wann habe ich was abbekommen? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Hallo? Scheiß drauf, ich probier's aus. Ich bin verwirrt. Okay. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Oh, Scheiße. Lauf, 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 lauf. Okay. Möglich, aber riskant. Fuck off. Alle mit einem. Fuck off. Okay, vielleicht habe ich die Kräfte in der Ruhe lassen. Das wäre vielleicht zu tun. Oh, ist das dein... Nein. Ich schürte mich. Ich versuche nicht hin. Okay. Bitte, bitte! Ich komme! Okay, Hilfe! Ich komme! Ich muss Hilfe! Ich komme! Ihr seid lästig, wisst ihr das? Ach, fuck. Ich komme! Ich komme! Was? Was? Wieso? Wieso? Wieso kommst du diesen Gescheiß zuerst? Wieso? Wieso? Wieso ist diese verdammt dumm? Sie ist verdammt dumm. Wieso? Es wird später noch einige Situationen geben. Wäre das sie im Kanz. Wieso? 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 Ja, ich bin dran. Ich habe für die Annage gehakt. Okay. Oh, my God. Something's coming. Watch out! Come on! Come on! Okay. Come on! Okay. Someone's here. That's what I would like to do. Thanks. Come on! Okay. Take it! Okay. 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 Hier liegen überall irgendwo kleine Sachen rum, nicht unbedingt viel. Aber klein wie Nachtaufgangs und wo man hier einfach durchläuft und währenddessen die Verdrahtung des Gerichts kann man dann dort ein bisschen was finden. Was an dem Kürtel hier interessant ist, man sieht zwar gleich mal ein paar Gegner, die dann einfach weglaufen, allerdings passiert hier absolut halt dein Maul dahin. Was passiert hier? Ich rede gerade, würdet ihr mal die Fresse halten? Das passiert hier absolut gar nichts, solange man nicht den Schlüssel holt, der da drin ist. Wenn man den aufnimmt, kommen die Mistviecher in Scharen, aber solange man das nicht tut, ist unsicher. Hier in diesem kleinen Strandhäuschen ist ein Emblem. Das war's. Das war's. Das war's. Und hier wieder guerra's. Ich bin weg. Das war's. Ich bin weg. Ich bin weg. Mit diesen Kokosnuss und oder Tomaten Haufen sind manchmal Items versteckt, wohlgemerkt manchmal. Ich bin gespannt ob ich das Ding hier auch... Es ist zerstörbar. Man kann diesen Stand hier zerstören und dann die Truhe da kommen. Mit einer Granate geht's. Mit Schusswaffen habe ich es noch nicht ausprobiert. Und mit dem Messer habe ich es auch noch nicht ausprobiert. Würde mir eine Granate sparen. Wenn ich allerdings dafür 3 Stunden auf das Stück Holz da einhacken muss, dann ist es das vielleicht nicht so wirklich wert. Da müssen während der Kranz aufblasen. Stand ich drauf. Dann dauern. Dannρέept dich nichtwards aus Schneus, sondern es ist wirklich gebri encourage. Äh. Es. Jetzt. Wie ihr seht, ein Edelstein, ein Revier genau zu sein und ein bisschen Munition. Mit Glück. Ich weiß nicht, ob die immer auftaucht. Ich habe das Spiel schon ein Weilchen nicht mehr gespielt. Ein bisschen was bleibt zwar hängen, trotz meines Schweizer Käsegedächtnisses. Bleibt auch trotzdem ein bisschen was hängen. Aber nicht alles. Oder war das hier mit dem Edelstein? Mit dem grünen. Ich dachte ja vorhin beim Haus, wo die Schruppflinte zu finden. Ja, es war doch hier. Ich bin also doch nicht der mich. Zumindest nicht so sehr wie ich dachte. Ich frage mich gerade, ob man Zeit zu sparen. Nein, ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Okay. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, denkt sich Schever. Okay. Dann mal los. Ach so, ja. Und ihr seht, das war eine Falle. Das war eine Falle. Wie ist das? Du kannst jetzt eigentlich auch ein paar Jungs. Ich bin halt davon aus. Aber wenn man sie mehr und ich nicht mehr hat, dann ist das ein bisschen ein bisschen sicher. Das ist ein bisschen ein bisschen zu sparen. Das ist ein bisschen zu sparen. Das war's für heute. Oh, come on, that ass. Oh, come on, that ass. Wow. I didn't think HQ actually cared. Come on. Okay. Thanks. I'm sorry. 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 Weißt du was du mich mit deiner Hand ausmalt? Are you okay? I'm sorry. 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 Weißt du dich und deine scheisse Hand. Thanks. Thanks. So. Moment mal, ich höre. Hä? Hä? Hm. Nee. Eigentlich sehen die ein bisschen Kürbisse aus. Kürbisse oder die Mini-Kürbisse oder so? Was nennt ihr? Ja. Stay frosty down there. You're almost at the station. Thanks. Speicherpunkt. Sehr schön. Oh, come on. Oh, come on. Vang. You two. Ichuak! Panya! Sie'll be right here. I owe you one. I owe you one. I owe you one. I need ammo. Use this. Thanks. You grab it. Okay. What the fuck are those? I'm going down. Mayday! Mayday! Kirk! What's going on? Come in, Kirk! This is HQ. The helicopter's been down. All nearby units proceed to the crash site. Repeat, all nearby units proceed to the crash site. I need your help! Thanks, partner. You need to be careful! You need to be careful! You grab it! Okay! Use this! Much appreciated. Thanks. 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 Hülle! Aaaaaaah! Ich gebe dir einen! Gib mir einen Herb! Use das! Ich gebe dir einen! Ich brauche Schmutz! Take this! Ich gebe dir einen! 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 Ich gebe dir ein! Riele! Geh mir einen Herb. Geh das! Danke für die Hilfe. Geh das! Geh die! Geh das! Geh das! Geh das! Geh das! Das war's für heute. Okay. You grab it. Take it. Okay. I need ammo. Take this. Thanks, partner. Thanks, partner. I need ammo. Take this. Take this. Okay. Come on. Come on. Come on. Come on. Now you're like this. lasst mich mal was testen es wird mich zwar eine granate kosten aber wenn das funktioniert es 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin neugierig. Wann habe ich zuletzt gespeichert? Dann ein weiteres Entlegen hier, würde ich sagen machen wir im nächsten Part weiter. Ich freue mich gar nicht auf das was gleich kommt.